Wir gehen jetzt weiter mit Stand Nr. 1 für unsere MSG-Titling, die Schneiderald Becker. Und auf Stand Nr. 2 für den SV und Teil Thöringen, die Piatowski-Mira. Und auf Stand Nr. 3 für den SV und Teil Thöringen, der Bauernfeind Robert. Auf Stand Nr. 4 für Vöringen, der Krump Florian. Auf Stand Nr. 5 für den SV und Teil Thöringen, die Urbahn-Red Becker. Und zum Letzten auf Stand Nr. 6 für Vöringen, die Kögel Michaela. So, die Stände sind belegt. Ein wenig höherer Rad, aber freigehe ich, aber das hat einig runter. Als in der Stadt. Nein, ich würde da noch mal sehen. Oh, danke. BDa. 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 Es ist hier wirklich gut. Das ist ein Dosenzahn. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020